so hi und hallo mal wieder wie ihr seht geht es heute wieder um ein blister und zwar von der bundesliga match attack 2016 2017 mit einer limitierte karte in bronze silber und gold 25 karten hat zum blister für 4 euro 99 und welchen ich jetzt hier drin habe in die fünf booster das schauen wir uns natürlich jetzt mal an weil die sammelkarten da fehlen mir ja nicht mehr viele dann habe ich meine mappe vollständig und wo ihr so ein blister sicher und bequem bestellen könnt werde ich immer unter dem video verlinken aber das wissen ja die meisten von euch aber jetzt erst mal schreibt mir in die kommentare wie vollständig ihre sammeln mappe habt wenn ihr sie sammelt oder eben was ihr davon haltet ganz egal was aber das wissen wir jetzt noch mal das spieler motive anschauen und ihr wisst ja wenn ihr sie länger genießen wollt die spieler immer wieder auf pause so viel zeit gebe ich euch schon eines etwas hochwertigere aber hier kommt sehr wenig nur darauf an dass ich meine sammeln mappe voll kriege und welche limitiertigkeit ich diesmal habe ich habe ja schon mehrere angeboxt absolut falscher verein so und hier ist es nun das letzte booster aus dem blister also ist jetzt die limitierte karte drin in bronze silber gold also wie gesagt wo ihr so ein blister sicher und bequem bestellen könnt werde ich unter dem video verlinken und wie vollständig ihre sammeln mappe habt könnt ihr mir oder sollte mir auf jeden fall kommentieren fällt natürlich schon gut an also in meinem blister habe ich zehn silber gehabt ich hoffe ich konnte euch trotzdem wieder ein paar spieler motive zeigen die ihr noch nicht hatet und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu